Schatz, was ist denn das nächste Weinfest? Aletzer, starte Weinfestkalender. Willkommen beim Pfälzer Weinfestkalender. Mit Hilfe erfährst du mir zur Verwendung. Wie kann ich dir helfen? Alexa, ist heute ein Weinfest? Oh nein, heute findet leider kein Weinfest statt. Wenn du am Wochenende noch nichts verhast, könnte ich mal schauen, ob da ein Weinfest stattfindet. Alexa, was ist denn das nächste Weinfest? Das nächste Weinfest der Birkweiler Weinbüter in Birkweiler findet vom 9. Dezember bis 10. Dezember statt. Gleichzeitig finden noch weitere Weinfeste statt. Die Weinkühe in Bad Dürkheim und das Pfälzer Barik Forum in Bad Dürkheim. Alle Termine findest du jetzt auch in der Alexa-App auf deinem Smartphone. Kann ich dir noch weiterhelfen? Alexa, Ende. Bis bald beim Weinfestkalender und dem nächsten Weinfest in der Pfälze. Zum Wohl. Zum Wohl. Alle Termine der Pfälzer Weinfeste findet ihr jetzt auch auf eurer Alexa. Zum Wohl. 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 Zum Wohl.